Hallo Leute, herzlich willkommen, Outing as Dallor Game und heute spielen wir mal ein Video hier sehen könnt, im Zettler. Ich habe das schon mal gespielt, allerdings nicht auf einer Tastatur. Also ich spiele dieses Spiel auf Tastatur, also Peter hat ein bisschen Missrückgesicht, wenn ich ein bisschen dumm bin. So, jetzt fahren wir auch erstmal. Könnte sein, dass ich es hundertmal verkacke. Habe ich ja gesagt. Wo bin ich? Hä? So, jetzt geht es wieder los. Alles klar. Ich verkomplett ins Nix. Kacke. Ja. Wow. Alles klar, alles klar Komm, let's go Ich hab's geschafft, aber... Achso, ich hab's geschafft Achso Jetzt können die einfach hier nur außen rum fahren Ich könnte jetzt einfach hier nur außen rum fahren Weil ich ja die Aufgabe schon geschafft hab Stein Das ist so schwer auf dem Dings Das Spiel zu spielen, ey Okay, ich bin im Ziel Bam Okay Gefahrenzone Fahren wir mal dort Okay Los geht's Wir sollen also jetzt 45 Sekunden Äh, 45 Sekunden am Ziel ankommen Gucken wir mal, ob wir es schaffen Könnte knapp werden Könnte knapp werden Wer ist der da vorne hier eigentlich Oh, 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 oh Ah Ey, ich war kurz davor Dann anzukommen Egal Egal, wir machen weiter So Jetzt sollen wir zwei Saltos machen Okay, mal gucken, ob das funktioniert Achso, Saltos nach vorne Also einen haben wir hinbekommen Ja Ja, haben wir hinbekommen Perfekt So Ab in den Ziel Oh Cool Mit wieder Drehgeschwindung für schnellere Saltos und Drehung Verbessert deine Balance, wenn du auf einem Rad fährst Verbessert die automatische Flugkorrektur Verringert die Reibung, wenn du von Fahrt abkommst Ich mach einfach mal Bis hier So Okay Machen wir mal die nächste Aufgabe hier Okay, ich soll jetzt Ohne Ähm Nicht zu besch... Ähm Also Immer nur aufs Gas drücken Dann machen wir das doch Ich soll die ganze Zeit nur aufs Gaspedal drücken Äh Aufs Gaspedal, genau Ich meinte hier auch Aufs Gas drücken So Wo muss ich hier eigentlich hin? Nein Boah Alter, ist das knapp Komm schon Ich muss was schaffen Ja, ich hab's easy geschafft Wamm Easy Ich hab's easy geschafft Okay Okay Helm Helm Helmkamera Schau durch die Augen eines Fahrers Bekomme mehr Steil gerade Steil gerade tricks Flach gerade rennen Steil gerade rennen Alles klar Machen wir mal So Weiter geht's Warum kann ich nicht Gas geben jetzt? Okay Ich soll eine 360 Grad Drehung machen Habe ich gemacht Wow Ne, das schaffe ich hier nicht Das schafft man ja nicht Da bin ich zu lahm für Wow Okay, nicht geschafft Oh Ich bin ins Ziel gefallen Okay Okay Machen wir mal das hier Weiter geht's So Machen wir einen 360 Grad Drehung Schon Nochmal oder was? Na gut Dann machen wir halt nochmal Wunderbar geklappt Muss ich sagen So So Einmal misst ich noch irgendwo Ah Geht nicht mehr Na gut Dann halt nicht Ne Dann krieg ich halt kein neues Leben Bam Okay Dann würde ich sagen Das und was auch Mit dem Video Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne mal ein Like Abo und Kommentar da Falls ihr auch noch Weitere Folgen von Descenders haben wollt Schreibt es gerne in den Kommentaren Oder like einfach das Video Dann sehe ich das Wenn ihr jetzt habt noch Einen traumhaften Tag Euer Sato Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal